um kurz zu sein brauchen wir einfach ein bisschen mehr speck meine freunde aber ich mache auch sport mit dem falschen ansatz ich mache sport damit ich hübscher aussehe um mich besser zu fühlen aber eigentlich sollte man sport auch machen weil es halt auch schön an sich ist so deswegen habe ich überlegt ob ich dann vielleicht doch wieder im fitnessstudio am ende das ist mir eingefallen ich hasse fitnessstudios ich hasse sie einfach weil da menschen sind die alle einen doof anschauen egal ob du dick oder dünn bist und ich mag das nicht und ich weiß ich muss ein wenig auf die achten aber ich tue es trotzdem weil mich die leute abfragen mich so angucken so von dieser da oben wackelt was dein bauch wackelt dein arsch wackelt ja amazing ich habe mich auch mobi dick ich weiß nicht wieso ich habe wieder bock auf schreut ich will endlich wieder eigentlich kpop dänze zu machen aber das ding ist ich bin sofort um sie zu lernen und ich will halt auch stream sich ausfallen lassen weil ich einfach zu süchtig bin nach stream und euch halt super gerne habe so das ding ist heute kann ich wirklich echt mal drüber lachen ist das macht mich richtig glücklich soll das gehen kannst du yoga ich kann kein yoga ich hab immer auf refit mit meinem we balance board hab nicht yoga gemacht das war bestimmt hochprofessionell der schild wie fit dem we balance board wie fit hat er aber auch immer gesagt dass man übergewichtig ist wie fit war richtig schlimm ja ja so du hast heute ein tost gegessen bist du fett bleibig aber ganz schön das war die nächste stufe von ich habe richtig wie kann das sein wie kann das sein ist verlieren gegen weg zu ich weiß es nicht das ist eine ruhe als war als ob ob ich das wirklich flashe gerade als ob der nicht stirbt so like what scheiße ist direkt mit gemoved hat die topside cover nicht nur normal ist das ist doch so und für die schrift tötete sie alle mein kleines chicken wing schöner stil von dir ich hab sie gar nicht mehr gekriegt hat sie was? sie schippt jetzt einfach, alles klar schön, dass wir da vergrillt haben das ist ein bisschen traurig oder so, hab ich gehört ich sterbe als Märtyrer if you're smart and you know that you have oh alter oh alter warum kommt da ein tp rein? weiss ich sprachen lernen bubble oh, schönen deutschen kann ich ja wie ne los meine gefährten, carried mich stellt euch mal vor, ich schaffe mir wirklich ne Hausente an wie sollten wir sie nennen? ich bin ne Hausente eine Entenarmee, er ist einfach so 20 Enten kaufen los meine Gefährten, wir haben das geben nicht verloren ja ich hab sogar nen Kollegen der Enten hat echt ja? ja der hat Laufenten ich wollt ihn grad predicken, tut mir leid ich hab uns damit die Käfers auf Kleona Kleona, Anna ja ich hab mich die unter der Hand bezahlen ne Mensch, einfach den League client auf deutsch warm ruf nevin hat ihn auch auf deutsch ja und nevin ist Harzack in diamonds so like, what do you mean? ja vielleicht ist das der Key zum Harzack zu diamond zu sein muss er mal League auf deutsch haben ne, ne, auf League auf deutsch das ist wie die deutschen wortwörtlich, die labern einfach so viel die hören nicht auf no vielleicht hörst du aber auch einen von Museum, wer weiß? ne, das ist sowieso danke Leona passt ah zrr hehehe ja it's rewind time wett buff hat sie was? ich schüpp jetzt einfach alles klar schön, dass wir da was Reels haben ja, ich will auch Assassin man nennt mich Assassin 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 oh shit here we go again oh ich mach mal den Leopard hier haha I'm in danger ich hab mich grad schon wieder angehört wie Sola ich hab mich grad schon wieder angehört wie Sola ein 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 Gegner ist legendär Volk-Syrenner auf Twitch da da ich habe das bekommen bitte 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 warum ist der weg das so schnell als ich noch unschuldig war und mir das was ich das geben wird um einfach spaß zu haben heute kaufst du dir einfach nur noch den sammler dann ist alles gut die kehrt keine gesehen oh mein gott ja ich auch noch mehr obwohl es gar keiner ich wurde gebetet und machte machst du keinen bock mehr wir werden nicht mal ein gutes game können was geht er hier gemacht wenn du kennst du das game okay wow wow sorry alter 114 reicht doch nicht so die pfüche im professor auch ankreiden du hast das geld ich bin nicht aber so selbstständig und sicheres einkommen wenn man das halt nicht wenn jetzt nichts wäre es verstehe ich schon aber man muss einfach belieben groß ich habe auch hab das für freunde ich bin auch ganz bekannte partien sammler muss wissen deswegen sage ich dir das ich habe mir das schon gedacht ja ich meine nase ich auch immer extrem hallo bitte nicht bitte nicht zurück in die base dankeschön was mache ich denn hier ich wollte sie aufhalten ich habe einfach kehrt gebraucht ich weiß alles geplant zwei pflanzen gab es mir weggeschümmelt okay tschüss tschüss tschüss